Hallo Leute, weiter geht's bei The Last Guardian. Und beim letzten... Was machst du jetzt hier? Im letzten Part war ich doch langsam sich ein wenig angepisst. Weil... Ich weiß nicht, was ich machen muss. Und wenn ich eine Idee habe, dann funktioniert sie wegen der Steuerung nicht. Ja. Wir wissen jetzt... Psycho, verdammt nochmal! Du musst aus dieser Säule hingehen, okay? Zu dieser Säule. Zu dieser Säule. Ja, du kannst ihn meinetwegen auch anschreien zuerst. Da zu dieser Säule. Da, diese Säule. Da, diese Säule. Ja, näher hin! Aha, aha, jetzt bist du... Aha. Jetzt springen. Jetzt springen. Spring! Ich drücke den Sprungbefehl. Aha! Auf einmal! Auf einmal! Äh... Halt doch jetzt bitte mal still! Halte still und du Idiot! Spring runter! Ey, die Stol... Ich drücke die Loslast-Taste 50 Mal! Hört ihr's? Nein, das Spiel ist nicht ausgereift. Tut mir leid. Er ist schon wieder drauf! Ja, sie haben das Release-Datum verschoben von The Last Guardian. Ähm, da dachte man sich... Okay, vielleicht bessern sie noch ein paar Kleinigkeiten aus, aber wenn sie sich schon länger Zeit lassen, ja? Dann sollen sie doch... Wow, was war das? Dann sollen sie sich doch bitte auch mehr... Nein, geh doch jetzt bitte wieder hoch! Das gibt's nicht! Ey, ich... Bis ich da bin, macht er genau das, was er soll, aber genau das! Ne? Aber... Ja, okay, du kannst... Okay, das ist auch okay. Und ich kann jetzt hier nicht abspringen. Seht euch das an! Er fällt nur ständig hin. Ja... Nein, Steuerung ist kacke. Und... Ding ist auch kacke. Hallo? Ich will aber lieber darüber. Wenn die Steuerung und die Kamera kacke ist... Ja, schon wieder! Ich konnte nichts sehen. Ich konnte verfickt nochmal nichts sehen. Ja, du bist wieder verletzt, ist gut. Beeilt dich, komm! Ja, wenn Steuerung und Kamera kacke sind, dann... Ja... Lässt dich wirklich kaum spielen. Kamera, ich möchte mich sehen. Ich weiß sonst nicht, wo ich bin. Ja, Typ. Oh, und natürlich ist schon wieder die Chance vorbei. Jetzt... Geh da hoch. Mensch! Ne, ich mach nicht mal Tricon-Vorwurf. Ich mein, der kleine Typ da, der ist so unfähig. Geh nochmal hoch, bitte. Ja, da hoch. Da hoch, bitte. Da hoch, bitte. Warum willst du nicht da hoch gehen? Nein, jetzt! Hoch! Hoch! Oh Gott, schaff ich diesen Sprung nie im Leben. Nein, das klappt nicht. Was war jetzt... Was war das jetzt für eine verdammte Scheiße? Leute, vielleicht merkt ihr es. Ich, ich, ich... Dieser Efeu bringt einen Scheiß, bringt der. Ich reg mich auf. Ne, ich reg mich nicht mal auf. Ich bin einfach nur enttäuscht. Ich bin einfach nur enttäuscht. Weil es einfach nicht gut funktioniert. Hey, es ist ein Spiel aus dem Jahr 2016. Ja. Da kann man, abgesehen von schöner Grafik, auch erwarten, dass die Steuerung so funktioniert, jetzt... Wie sie sollte, nicht? Sorry, Grafik! Meine ich das nur. Eriol! Ja, kratz dich halt ein bisschen. Eriol! Ja, da falle ich runter. Ich vermisse auch einen Festhalteknopf. Wie bei Shadow of the Colossus zum Beispiel. Hat man R1 gedrückt, hat sich der Charakter festgeklammert am Gegner. Oder in diesem Fall halt am Freund, meinetwegen. Ja, das fehlt hier. Man fällt einfach runter. Einfach so. Der Typ ist zu dumm, um sich festzuhalten. So. Bitte... Nein. Nein, du... Nein! Nein! Da, wo du ganz zu Beginn warst, da war super. Da war sensationell. Oh, danke, Kamera. Hm, macht Laune. Ey! Danke, immerhin sehe ich jetzt wieder was. Trico! Da rüber, da rüber! Da rüber! Ist das zu viel verlangt? Ist das echt zu viel verlangt? Nicht da lang! Da durch, Sosbogen. Da durch. Ja, mich stresst das auch hier, dass das nicht funktioniert. Nicht nur dich, Trico. Das doch... Ja, halt die Klappe mit deinem Befehl erteilen. Wenn er nicht auf mich hört. Oder der Typ keine anständigen Befehle abgeben kann, bringt mir das gar nichts. Hör auf zu schreien, du Idiot. Nein. Jetzt setzt es sich da hinten hin und schmollt. Na, klasse. Ey. Ja, beruhigen wir es zuerst wieder. Ey, Befehle erteilen, Befehle. Hallo? Befehle erteilen. Scheiß kann der Befehle erteilen. Wisst ihr, ich zeige ihm wo du ist und was macht er? Gar nichts. Beweg dich nicht mal. Doch, jetzt. Weiter. 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 Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Ernsthaft, was mache ich falsch, Leute? Was mache ich falsch? Könnt ihr mir das sagen? Ich kann nicht mehr als Trico sagen, geh da hin. Und das mache ich jetzt seit gefühlt. Das finde ich mir gut. Was ist denn los? Befehle erteilen, Befehle erteilen. Spiel. Lern du doch erstmal, äh, mir zu erklären, wie das funktionieren soll. Ey, seit 5 Minuten, ja. Ja, nicht ganz 5 Minuten, aber ich... Was ist jetzt kaputt? Ja, mhm, sah super aus. Ist überhaupt nicht verpackt oder so. Kletter doch erstmal wieder auf seinen Kopf, okay? Dann zeigst du ihm... Dann zeigst du ihm... Nein! Ich zeige in die an... Ey! Ich drehe gleich durch. Ich zeige in die andere Richtung, okay? Ich zeige da lang. Da lang. Da, wo du zu Beginn... ...des Parts einmal warst, okay? Nein, er dreht wieder um. Er dreht wieder um. Er... Er... Ey, verfickt nochmal. Was soll dieser verdammte Bumms? Ganz im Ernst. Es funktioniert... Halt dich jetzt nicht fest! Es funktioniert sowas von überhaupt nicht. Ey. Ich bin sowas von enttäuscht von diesem Spiel, aber sowas von. Komm jetzt her. Seht ihr, es kommt nicht. Das sitzt da. Lalalala. Fick dich doch. Ich weiß nicht. Ich hab mich so gefreut auf dieses Spiel. Ich hab mich so dermaßen gefreut. Und was ist jetzt, hä? Ich... Ich... Ich reg mich auf wie... Fast so wie bei Aiko. Ja. Gehst du da hoch, bitte? Spring hoch. Spring hoch. Wie? Das hast du schon mal gemacht. Jetzt will er nicht mehr. Wisst ihr, vielleicht müsste ich auch einen anderen Befehl geben, aber das Spiel sag mir ja nicht. Welchen? Ne? Das macht doch auch Laune. Jetzt bin ich hier oben. Okay, danke. Ich weiß jetzt, dass es mir nichts bringt. Ich müsste irgendwie da hoch. Irgendwie. Du kannst aber lange Männchen machen, Triko. Ja, nee. Im letzten Part, da hab ich schon gedacht, ja, die Steuerung geht langsam. Äh, mach das, was es soll. Aber... Nein. Absolut nein. Ich bin echt sowas von enttäuscht. Jetzt geht der... Nein, nein, nein. Hier sollst du hochgehen. Am besten... ...auf die andere Seite. Nein, ich kann drücken, was ich will. Es bringt nichts. Jetzt geht er wieder da durch. Nee. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Frust langsam sicher verstehen könnt. Triko macht nicht das, was es soll. Spring doch! Ey, ich will nur da hoch. Hey, Triko ist ja super süß und so, aber... Er macht nicht, was er soll. Wie lange hänge ich jetzt schon an dieser Stelle? Den ganzen Part, oder? Ja, ich will euch nur zeigen, weshalb ich so enttäuscht bin. Ich werde in Zukunft schneiden. Ja. Ich will euch nur zeigen, weshalb ich vom Spiel enttäuscht bin. Ja. Ja, ist jetzt verdammt noch mal gut. Ich will da hochgehen. Ich will verfickt noch mal da hochgehen. Und was tut es? Nichts. Da hoch. Reicht es so? Ich versuch's. Natürlich nicht. Macht Spaß, oder? Macht Spaß. Ich dreh gleich... Ich dreh echt gleich durch. Leute, das kann doch auch keinen Spaß für euch machen. Mir dabei zuzusehen, wie ich hier, wie gesagt, ein Part pro Raum benötige, quasi. Einfach nur, weil die Steuerung nicht das macht, was sie soll. Nämlich funktionieren. Und du sollst mich jetzt da hoch... Da sollst du mich hochbringen. Da. Da. Nein. Da sollst du... Ey, er zeigt nicht mal in die Richtung, die ich zeige. Dann kann es ja nicht funktionieren. Hoch jetzt. Hoch. Hier. Ey. Erinnert ihr euch noch an Haunting Ground? An Huey? Was? Huey hat aber sowas von auf mich gehört. Aber sowas von. Aber hier. Das. Nee. Jetzt stehst du... Ey, ich dreh echt gleich durch. Ich zeige nach links. Versteht ihr? Er zeigt irgendwo hin. Irgendwo. Wo es ihm gerade passt. Ja, jetzt hat es besser funktioniert, bevor ich ihm Befehle erteilt habe. Leute, ich weiß echt nicht, wie ich dieses Let's Play zu Ende bringen soll. Ganz im Ernst. Leute, ich werde jetzt ohne euch versuchen, irgendwie da hochzukommen. Weil ich habe keinen Bock mehr. Das war es für heute mit der Last Guardian. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und vielleicht. Vielleicht auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss. Tschüss.